hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren explosiven exklusiven folge meine kraft natürlich machen wir wieder da weiter wo wir aufgehört haben wo haben wir aufgehört richtig beim hausbau beziehungsweise ich habe jetzt gerade nach hause mit den blöcken und beziehungsweise mit den bäumen haben daraus blöcke gemacht und machen jetzt ja treppen würde ich sagen wir gehen die noch mal genau so zack 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 so wie sonne hier so langsam wandert seht ihr das am rand geht das so langsam runter dann muss ich natürlich noch so einzig hier einzig hier das war falsch so und so wird das reicht 52 brauchen auf jeden fall auch noch fenster aber die will ich auch dann erst mal ein bisschen später machen jetzt kommt erst mal folgendes und zwar das dach hat sich nicht festgehalten mit shift weil auf einer treppe hält er sich nicht fest das können wir auch mal zu einer treppe machen einfach so wie können sollen wir das so lassen auch die treppe die anstiegstreppe oder das ist das doch blöd das ist jetzt nicht so schlimm das ist schlimm ich sehe aber gerade meine unsere axt ist bald wieder kaputt wir brauchen da bald wieder eine neue ich habe mich verbaut kann das sei ich habe ich so verbaut wenn wir das dach ja noch nicht da ist ich habe mich hier vorne verbaut gehabt das ist dran ich habe mich tatsächlich gerade verbaut mit der treppe egal manche die von unten wieder ab stört ja nicht kleiner schock moment so stimmt bald hier warte mal was so ja doch alles gut so so kommen alter der junge soll sich die treppe schief dran bauen genauso wie die hier so und so geht das ding jetzt aber dass du ja jetzt das ist ja schon die erhöhung von dem dach und eigentlich wollte ich ja kein dach beziehungsweise doch alles gut da kommt auch kein dach hin das ist ja nur die das rand zu der rand so so nein zu niedrig dach bauen das schwerste was es gibt falsch rum so zeigt 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 hier nochmal rum verkackt hier nochmal rum jetzt stimmt aber die höhe oder ja oder ja so unten liegen noch zwei drei treppen stufen die jungen uns gleich auch kommt geht genau auf wohl so wir holen wir uns jetzt einmal könnten die die ecken auch treppen stufen bauen das sieht so läuft doch alles ja läuft doch alles hier unten die treppen wollte ich ja abbauen die hier so die achs geht gleich kaputt das ist nicht so gut bitte halt noch aus bitte halt noch aus bitte halt noch aus danke achse in ehren alter so komm wir wollen hier raus wir wollen hier raus warum habe ich hier noch einen block und das wasser ist so schwer zu bauen nein verlass mich nicht block kommen die kaputt geht kaputt geht kaputt geht kaputt danke aber die achse ist kaputt ich sterbe okay das war knapp mit meinem hinter wasser atmungen so wieder ins licht ins licht so und dann kommt hier der rand von dem doch doch so jetzt haben wir schon wieder keine treppenstufen mehr bedeutet aha bedeutet ja was bedeuten dass die brauchen wir noch eine treppenstufe wir müssen bald wieder holz holen oder was bedeutet das geht ja gar nicht wie schnell das holz weg ist ne leute so und die extra war auch ich habe eine idee was wir machen haben die knochen sieht nicht so aus schade aber wir machen folgendes wir haben hier 17 bäume hätte schon von vornherein schon einfach zu können pflanze ich hier mal ein so hier einmal hier einmal hier einmal und hier einmal ich hoffe der abstand ist groß genug beziehungsweise dem halt noch mal weg so okay dann dürften ja jetzt bald wachsen weiß nicht wie lange die brauchen zum wachsen aber auf jeden fall sollten sie bald wachsen so dann wieder ein paar treppenstufen die brauchen wir immer wieder so lange bis das dach halt fertig ist so ok nehme ich mir alles raus 24 und jetzt machen wir folgendes das hier kommt weg kommt dann hier so hin und dann kommen diese blöcke so noch dahin ja das ist dann besser treppenweg nach oben ok das blöde ist das wird aber auch nicht lange so gehen wieso weil die hier kommt ja jetzt direkt das dach ich zeige euch was ich meine moment weil dann passen wir da als mensch ja nicht mehr hin versteht ihr was ich meine so so und so ach man komm mach kein geschiss man was soll denn das so jetzt so wir kommen jetzt nicht mehr durch weil das ist ja im weg das heißt was müssen wir tatsächlich abbauen wir müssen uns was anderes einfallen lassen mit der treppe wie wir das noch machen weiß ich nicht wir könnten uns mitten im raum hier bin im raum eine leiter nach oben machen aber das möchte ich gar nicht wir machen uns ja für jetzt brauchen wir im moment noch die leiter für nach oben so so ja keine ahnung so ok haben wir geschafft alles cool so und dann was ist das denn macht die verkehrtruppe treppe so ok wollen wir hier weitermachen zack 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 so das wird gut aussehen wir haben ja schon ziemlich weit jetzt geschafft nein so wir gucken ob die bäume schon gewachsen sind ich glaube nicht ich weiß auch gar nicht ob das funktioniert mit dieser mit dem abstand ich glaube vier blöcke abstand brauchen wir einen baum ich weiß nicht ob das funktioniert haben wir da irgendwo einen da und da haben wir zwei bäume das heißt die holen wir uns auch noch mal schnell ich will nicht jede folge mit baum holen beschäftigt sein also was ist das denn kelp was macht man denn mit kelp ich habe hier algen sind das oder was ich schätze mal dass das algen sind oder also ich wüsste nicht was das jetzt sonst sein kann sein soll ich nehme das einfach mal mit gut wir haben ganz viel algen gefunden also ich bin ja am trinken oh mein gott kann man das essen und das kann man noch mal pflanzen ja gut ja wir haben ja dieses buch was ich nicht so mag bin ich ehrlich mag das nicht so was macht er jetzt mit kelp da war hier steht nirgendwo was man mit kelp machen kann weiß ich nicht keine ahnung ist mir auch egal so sollten wir was essen damit unser leben sich wieder füllt so können wir uns schnell hier paar bäume hier sind ja hier sind ganz schön viele sogar das finde ich gut brauchen wir unbedingt wo der ist der ist groß weil wir einen großen baum nice so ein großer baum gibt ja ziemlich viel holz so zack hier haben wir noch ein bisschen was kamera stimmt soweit auch noch so jede folge mit bäume abhacken zu tun boah hier sind richtig viele richtig viele große auch das finde ich mega gut also wir haben hier noch auf jeden fall genug holz als wir holz brauchen müssen wir nicht mehr so weit weg rein sondern können einfach auf die nachbarinsel das auch sehr gut ist ich mache aber erstmal die weg das ist auch ein großer ne 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 das ist ein kleiner das hier sind ganz kleine ich hoffe ja das so ein kleiner bei uns spawnt da vorne man könnte es ja ausrechnen wie viel breite der braucht stamm und dann 1 2 blätter nach vorne den dritten habe ich drei blöcke abstand also auf allen seiten so ein kleiner auch drei blöcke abstand so nächster baum jetzt wird schon wieder langsam nacht was ich nicht gut finde so 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 okay wir müssen auf jeden fall auf fenster reintun und wir müssen herausfinden was man mit kate machen kann und hier schwimmt auch noch ein bisschen kalt ein bisschen kalt geben bitte doch kalt so schön verschwinde scheiß kalt so ich hätte lieber zu büro als kalt aber okay nehmen wir das kalt mit also auch immer das ist wie gesagt ich weiß es nicht ist ja eigentlich so da sehen wir die sonne noch mal das letzte mal da hinten da in der richtung bauen wir uns auch das baumhaus sind so was haben wir jetzt das muss wieder weg 45 holz das ist auf jeden fall erstmal genug so zack 60 treppenstufen fangen wir direkt an weiter zu bauen ich wollte jetzt schon wieder in diese ecke rennen nein okay alles gut man es ist wieder so dunkel jetzt ist beim dunkel beim baum wieder so dunkel wenn das beim baum zu dunkel ist dann können fehler passieren so ich weiß halt noch nicht also auf jeden fall für das dach braucht man immer sehr viele treppen ich erst mal was wieder so das holz können sich sogar genau an das das reicht nicht von der länge her also ich weiß nicht wie das aussieht dann von innen ich werde es ja gleich sehen das stimmt glaube ich noch nicht ich glaube nämlich da muss genau hier kurve kurve bitte danke so dass auch noch mal ab machen so guck mal das reicht auf jeden fall ganz schön weit wie weit weiß ich noch nicht so haben wir unser strandaus bald fertig könnten reintritt mit dem baumhaus weitermachen praktisch weiß nicht ob ich jetzt jede folge bauen soll ich will nächste folge mal wieder in der mine gehen und ein bisschen was fahren weil das eisen geht uns ja auch irgendwann leer wir müssen mal diamanten finden und ja so moment wir wollen die linie und noch mal zu machen ich weiß ob wir die da oben zu machen können nö können wir nicht so jetzt gucken uns das einmal an wie das aussieht so das ist jetzt unser dach unser kleines hier naja gut wir gucken uns wie das aussieht man kennt ja gar nichts soll brauchen noch ein paar treffen ich weiß noch nicht wie viele aber nicht mehr so viele wir benutzen mal die hier so 17 stück das wird auf jeden fall das erste gelungen sein also auch das machen wir in der folge will ich das dach jetzt noch fertig machen geht ja relativ schnell eigentlich so hoch bauen das wird nicht reichen die blöcke die treppen stufen sich gerade so leider aber auf jeden fall ist es gar nicht mehr so wenig jetzt habe ich mich auch verbaut dann ist sowieso reiche sowieso nicht noch mal verbaut ach guck mal die ecke haben wir aber schon mal so wo ist denn die treppe da ist die treppe ich weiß noch nicht ob wir das hier doch abbauen sollen ich weiß nicht irgendwie das passt irgendwie nicht so also ich weiß nicht in der mitte den block klar aber das andere ist irgendwie das passt nicht die zwischen beiden kann ich irgendwie anders da bauen später warum wie treppen brauchen wir denn jetzt weiß ich nicht wir haben ja schon lange nacht oder wie lange haben wir denn schon macht die folge wieder so lang also für alle dies nicht mehr interessiert wir machen jetzt nur noch das dach fertig und mehr passiert jetzt nicht mehr ja also von mir aus könnte jetzt schon die folge abschalten wenn ihr bis hierhin überhaupt geschaut habt wenn ja dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs zusehen aber ihr müsst jetzt nicht mehr weil jetzt nichts mehr besonderes passiert aber ihr könnt natürlich stamm bleiben könnt ist euch überlassen so das wird jetzt hier fertig ein block hier damit das haben so 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 12 treppenstufen ich hoffe das wird jetzt fertig fertig dann rastig aus das nicht aber mann wo habe ich denn die treppenstufen wieder hingebaut da unten was tut sie denn da unten so 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 ne das stimmt nicht ganz weil das hier muss auch kurven werden wie wird denn das auch kurve weiß ich nicht ne du sollst auch ne kurve werden hallo na wenn nicht lassen wir das einfach so auch gut so und jetzt kommen wir nicht mehr rein ist aber nicht schlimm beziehungsweise doch können wir schauen weil hier sind noch keine fenster ok klar so das war es dann erstmal der block kommt da aufweg und der hier auch so dann gehen wir einmal schlafen hier ist es sehr dunkel ich müsste mal fackeln legen äh fackeln hier 1 2 1 1 und hier weiß ich halt noch nicht wo hier die fenster reinkommen mach ich auf jeden fall noch wir gehen jetzt einmal schlafen dann ist die folge zu ende wir gucken uns das aber jetzt nochmal an wie das bei tageslicht aussieht beziehungsweise man kann das hier gucken in der nächsten folge ähm ja vielen dank fürs zuschauen vielen dank fürs dabei sein wieder schauen und tre, yo Auf Wiedersehen.